Hallo liebe Freunde der Subfundischen Plastmusik und herzlich willkommen zum allerletzten Mal diese Anmoderation. Ich habe mich dazu entschlossen hier ein bisschen auf dem Kanal was zu ändern und eigentlich ändert sich gar nichts. Das einzige wird sein, dass sich die Sprache ändert. Ich will diesen Channel auf Deutsch, äh nicht mehr auf Deutsch machen, sondern auf Englisch, weil ich glaube ihr, die bis jetzt diesen Channel gucken, ihr seid alle des Englischen durchaus mächtig. Zumindest so gut wie ich das bin. Es gibt aber einige Leute da draußen, die kein Deutsch können und denen möchte ich genauso meinen Bullshit verzapfen, was ich eben so tue in diesen Videos. Und deswegen wird dieser Channel ab nächstem Jahr, äh das nächste Video ist nächstes Jahr und ähm das ist dann Englisch. Genau. Es wird vielleicht noch ab und zu so deutschlandsspezifischen Content geben, wie zum Beispiel GEMA oder sobald es ums Urheberrecht geht und sowas. Das ist dann, ja EU oder Deutschlands spezifisch und dann mache ich das vielleicht auf Deutsch. Mal gucken, ähm der Content ab jetzt ist Englisch. Auch Patreon werde ich jetzt nur noch, Englisch Patreon werde ich jetzt nur noch Englisch machen. Ähm einfach, ja, es sind einfach noch mehr Leute da draußen und ihr seid alle des Englischen mächtig. Deswegen, ähm danke fürs Dableiben. Wenn euch das nicht taugt, da unten ist der De-Abo-An-Nicht-Mehr-Abonnieren-Button, wie auch immer. Also, okay, dann ich hoffe, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen. Bis dennne, ähm, wenn ihr trotzdem noch weiter da bleibt, freue ich mich natürlich. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle bis zum nächsten Video und äh tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal. Tschö.